Hallo? Ja, Mann. Ne, ich hab in meiner Tasche was drin. Wo ist es für eine Tasche? Ähm, in dem Räumchen. In deinem Räumchen? Ne, in dem Raum, wo wir gerade waren. Ne, da. Warte, lass mal den jetzt noch machen, weil ich will jetzt nicht laufen, weißt du? Ja. Jeder... Wieder zurück ist scheiße. Komm mal! Hey! Kannst du gerade probieren gehen? Nein, alles ok. Soll ich mir meinen 70-200 zuschicken lassen? Ja. Ja? Ja, ernsthaft. Das ist so am Arsch, echt. Das macht so keinen Bock. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Das ist eine wunderschöne, auch die ich liebse wirklich. Aber für den Scheiß, im Prinzip. Du musst jedes Bild zuschneiden. Aber jetzt kann man ja mit der 5D-Mark. Ja, ja, da ist genug Futter da. Schöne Hopster. Schöne Hopster. Ja. Den Autofokus halten wir immer an. Hast du? Oh. Schade. Der ist vorhin schon an die Dinger angekommen. Oh, das war schön. Oh, das war schön. Bei ND 1,46 kommt die ganze Zeit. Weißt du, was das heißt? Ich hoffe, nichts Böses. Ja, du musst es ruhig. Wir müssen den ND-Filter höher stellen. Ah. Das passt aus. Ich muss mal den Gesichtsausdruck von dem Kerl angucken. Ich seh nichts. Ich seh nichts davon. Ich seh nichts. Okay. Okay.